So, jetzt ist er. Ah, Kanone kaputt, Gott sei Dank. Da muss ich hinten dran kommen. Ja, bin drauf. So, was haben wir denn nicht? Ist raus? Krass. Boah. Wahnsinn. Ist ja ekelhaft. Ähm, das glaube ich. So, du scheiß Vogel. Komm her. Keine Zeit zu verlieren. Den. Hm. Kannst du mir vielleicht, wenn du fertig bist, mit'n Schluck Kaffee eingießen? Den Linken. Den Linken. Ja. Okay, hab ich hier noch... Solltest du mal tun. Ja, deshalb. Ich würd's sagen, mach heute mal wirklich gründlich. Oder? Was meinst du? So. Okay, da oben. Wie krieg ich den da hin? Guck mal, das ist Andy. Der Cowboy. So sieht der aus. Soll erst mal hier rein. Ah, hier ist auch noch ein Bereich. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Mhm. Komm her. Der hört sich an. Jetzt füße ich mal den Bereich hier. Sehr schön. So, erstmal muss ich die Kiste hier hin. Dann muss ich die zurückschieben. An einer anderen Stelle... Ja, okay. Das macht Sinn. Irgendwie... Das macht irgendwie gute Laune Mehr So, verwichtig doch Ist ja wie ne echte Eisenbahn hier Ja, ist auch eine Mal gucken wo ich den Schalter hier finde Ich will diese schöne Eisenbahn Die sehr verpixelt ist Ich kenne auch Disney's Atlantis Ganz gut Ja Boah, ein Haffel Ja 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 Du willst dich und Hast du immer geschaut? Ja 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 Das war ja klar Ja 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 Oh Oh, der Zug. Oh, der Zug. So mache ich das. Ok Du willst sicher nicht den Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Ist das schön? Ja, das glaube ich sogar, dass es dazu nicht mehr kam. Ich zieh ruhig an. Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Ach so ist der Fall, ok, hier ruhig. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Keine Zeit zu verlieren. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Ich zieh ruhig an. Leider spielen. 50 Münze. Auch die Kanone wäre Shutdown. Riech ich denn wieder zum Laufen? Soll ich das machen? Dann habe ich es wohl anscheinend erfüllt. Dann habe ich es wohl anscheinend erfüllt. Dann können wir zu Mr. Pick gehen. Dann schiebe ich jetzt erstmal die Kiste in den anderen Raum. Ja Vogel, was willst du denn? Boah! Erstmal hier in diesen Raum. Ein Kartenhaus umschmeißen? Oh ja Mann. Ja, das möchte ich auch mal zu gern wissen. Ich würde so gern mal wissen, was in deinem Kopf abgegangen ist. Genau. Warum? Ja, du kannst mich mal anschauen. Prends deinem Kopf noch nicht so schnell. Da muss ich die Kiste nicht aus machen, ist es und nicht mehr so schnell. Ich nehme dich in die Kiste zurück. Kiste das Ganze ausmaker. Ja, du bist mit der Kiste nicht so schnell. Ich denke, du bist nicht so schnell. Das war's für heute. Das stimmt. Gott, das ist so eine Frage. Muss ich mal... Keine Zeit zu verlieren! Wer bist du denn? Dich soll ich besiegen, Revolverhelden. Okay. Na gut. Wenn du so einfach bist, komm, geh echt drauf. Und es den vergesst mein nicht. Ha, dankeschön. Bist draufgegangen. So, auch das ist schon mal weg. Jupp, alter Spirin. So, was machst du hier? Auch die nächste Kanone wäre tot. Dann sind wir wohl hier fertig. Ich gehe jetzt ins Seifenblaszimmer. Das war ja irgendwo hier. Nee, tut's schon. Das war's für heute. Nix mit hierher, da versteh ich nur hihar. Nein, hab ich doch schon gemacht, warum quatschst du mich voll? Ah, hier war das, oh Gott, ich hoffe, hier fällig verkehrt. So, hier wollte ich jetzt hin. Ich lass mir die Badewanne voller Wasser laufen. Okay. Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Oh Gott. 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 So unruhen bin ich. Du kaputt bist auch dumm. Und hoffentlich sind wir mehr. Und hoffentlich sind wir noch etwas mit dem Schiff. Ich bin der Knie zu den Knie zu sehen. Ich weiß, wie du an den nächsten Schiff kommst, Banz! Schön, dass du es weißt! JAHU! Du hast es geschafft! Ne, wir haben alle. Bis zur Unendlichkeit! Und noch viel weiter! So, bitte, das muss es gewesen sein. Yes! Dann haben wir auch das! Perfekt! So, siehst du noch aus für momentane Fähigkeit fehlt? Ja! Endkampf könnte ich trotzdem machen, mache ich aber noch nicht. Das war's!